Das ist ein Traum-Duo und sie vertreten mit Leidenschaft ihre Produkte und das ist nämlich das Zweite. Die Produkte sind Gesundheitsprodukte, die richtig lecker schmecken, mit richtig guten Inhaltsstoffen und ich glaube, die Welt da draußen braucht mehr von den Steiners und darum würde ich sie da sehr, sehr gern mitleiten. Die gute Achterbahnfahrt, die entstand ja dadurch, dass am Ende die zwei übrig blieben, die uns auch reingefallen haben. Vor allem geht es nicht nur um Sympathie, sondern auch um das Know-how, das wir auch noch gebraucht haben. Und ich glaube, das Züngen an der Waage, es gab zwei Züngen eigentlich. Das eine ist tatsächlich auch der Gesundheitshintergrund oder auch dieses bewusste Ernähren, die Erfahrung aus dem Bereich und das Zweite tatsächlich auch das Vorpreschen. Also mit der Überzeugung, ich mache das, auch wenn das Risiko ist, ich bin der Erste, der den Deal ausspricht. Das hat mich dann schon irgendwo überzeugt, dass da ein richtiges Wollen dahinter ist.